Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Wir sind bei der Weekend League jetzt endlich mal mit einem Sieg vorangekommen und wir haben jetzt bei Modest 11 Scorerpunkte in 11 Spielen. Wie gesagt, zwei Spiele müssen wir mindestens abziehen bei ihm, deswegen 11 Scorerpunkte in 11 Spielen, auch wenn es eine in 11 Meter war. Chicharito schießt auch in 11 Meter, das ist also egal. Da können wir eigentlich direkt mal die Spielerrolle einteilen. Kapitän, will ich da Kosta lassen, hätte ich eigentlich schon Bock, dass das eher Modest ist und 11 Meter ist halt auch Modest. Hä, 11 Meter Modest? Okay. So, dann würde ich sagen, nächste Runde. Höwe, das hat sich gut angefühlt im letzten Spiel, deswegen teste ich ihn auch direkt nochmal. Hat einige gute Aktionen gehabt. Jetzt nichts mega krass Überragendes, aber hatte Toprak auch nicht. Also ich glaube, das könnte dann vielleicht sogar so eine... Oh, ebenfalls Bundesliga, ebenfalls sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass sein... Ach du Scheiße, dass sein rechter Silberspieler Pace ist und er hat einen total krassen Pace-Sturm mit Robben und allem drum und dran. Oh Gott, ich hoffe mal, er spielt nicht so gut, weil das kann echt böse werden. Was wollte ich sagen? Ah, dass wir hier eigentlich schon den Ball fast gehabt hätten. Ja, dass das eher so eine Gefühlsentscheidung damit, ob ich lieber Höwe oder Toprak möchte, aber ich... Also wenn jetzt Höwe das nicht noch besser wird und nur so gut ist wie im letzten Spiel, dann würde ich wahrscheinlich sogar eher zu Toprak tendieren. Einfach nur so ein Gefühl her, weil ich das Gefühl habe, dass Toprak... ...einen Tick besser ist. Aber wirklich nur ein Tick. Aber hat mir jetzt im letzten Spiel gut gefallen. Ich meine, Toprak fällt jetzt auch nicht in jedem Spiel mega krass auf, weil das halt eher... ...Sokrates macht. Okay. Okay. Welter ist nicht schnell. Oh, da haben wir ein bisschen Pech. So, da hängenbleiben. Sehr gut von China Nuklu, der auch hinten mitarbeitet. Oh ja, geht ja ein bisschen zu aggro auf die Seiten drauf, wie ich finde. Fuck, ich komme einfach... ...zu selten mit Modest zum Schuss. Ich weiß auch nicht. Da habe ich halt das Gefühl, dass... Oh, das war eine schöne Situation. Heh, danke. Da habe ich halt das Gefühl, dass Hernandez einfach ein Tick agiler ist, aber naja. Ach, schade. Das ist halt der Nachteil, wenn man die nicht so... Naja, macht nichts Taktisches. Das ist halt der Nachteil, wenn man die nicht so straff spielt, diese Flanken reingaben, dann hält die halt eher der Torhüter. Hat auch Goretzka, einer von den ganz wenigen, die dieses Juwel auch mal im Team haben, als Bundesliga-Team. Oh, da haben wir Glück, dass das nicht reingeht. Aber auch eher aufs kurze Eck. Oh, in die nächste Ecke, verdammt. Oh, das wird ein schwieriges Spiel, zumindest bisher sieht so aus. Ja Mann, sehr gut. Schön ruhig bleiben, meine Freunde. Wie gesagt, er hat so ein bisschen Probleme über die Außen, zumindestens bisher. Ja, da war Modest sogar dran, glaube ich. Das Kopfball-Duell ist so gerade, dass wir das aber gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Sehr schön von Höwe, der ist sehr, sehr schön. Das war gerade eine extrem positive Aktion von ihm. Ein Charmiterschaftsmodest, nicht sich da in irgendeiner Form durchzusetzen. Fuck. Aber ich finde es ganz gut, ich finde es ganz gut, aber der Gegner ist halt auch gerade nicht schlecht am Verteidigen. Reus ist halt echt heftig, Reus und Robben. Ja, es war etwas zu einfach. Mal haben wir Glück. Oh, fuck. Als hätte ich ihn nochmal auf Charneluklo spielen können, aber wie gesagt, auch nochmal das Auge für den allerletzten Mann. Das ist so schwer. Ja. Oh nein, das war ein ganz schlechter Ballverlust. Sehr gut. War es wieder Höwe, das ist, ich glaube. Oh, Höwe, das zeigt mir jetzt aber in dem Spiel wirklich, dass er was kann. Kein Elfer. Oh, ärmerlich. Scheiße, was ist denn da oben los? Oh Gott, ich muss es. Wieder Höwe, das ist okay. Also jetzt gerade in dem Spiel gefällt mir viel besser als Torbrack. Ich muss irgendwie aufs Defensiv gehen. Was habe ich Flügelwechsel gemacht? Das war natürlich auch nicht der Plan. Ja, er ist einfach zu krass durch. Ich muss hier auch definitiv aufs Defensiv gehen. Das geht gerade nicht anders. Oh. Oh. Ja, er passt halt nicht in dem Moment, wo ich das will, sondern erst eine Stunde später. Und da setzt sich Modest halt auch nicht durch. Das ist doch so merkwürdig. Sehr gut für den Piss-Check. Schlecht gespielt. Oh, fuck. Also wir hatten echt so viele gefährliche Situationen jetzt schon vor dem gegnerischen Tor und wir haben halt noch keinen gemacht. Na, Gegner hat jetzt glaube ich bisher eine gefährliche Situation vor meinem Tor. Wir spielen gut, wir spielen gut. Nur das Tor fehlt. Und wie gesagt, Modest gefällt mir jetzt in dem Spiel überhaupt nicht bisher. Er setzt sich in die Situation nicht durch, wo ich da warte. Er fühlt sich komisch an. Er fällt hin. Er schießt nicht. Scheiße. Ich glaube halt echt, das liegt an der Agilität von Chicharito. Ich weiß es nicht. Aber er hat halt bisher einfach in jedem Spiel, wo er sich blöd anfühlt, einen Scorepunkt gemacht. Das ist halt das Krasse. Obwohl wir ja ständig über außen durchkommen. Schaffen wir es nicht, irgendwas Verwertbares rauszuholen. Jetzt macht er einfach mal ein Kopfballtormodest. Komm jetzt. Irgendwas Geiles verflucht. Und? Oh, der war genau richtig. Aber er war halt nicht drin. Schade. Der war richtig dumm. Komm, 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 komm. Sehr gut von Papa. Ach, Foul, nice. Aber das auf Defensivte stellen wir auf jeden Fall schlau, weil es ist jetzt ein bisschen einfacher, das zu verteidigen. Und wenn ich hier... Kann er nicht noch näher ran? Ich bin hier. Ciao. Fuck. Oh, da war ein Abseits-Modest. Nein. Fuck. Zu spät gesehen ist, dass er es antizipiert. Sehr gut. Okay, da hatten wir Glück. Und hier haben wir auch nochmal Glück, dass wir im Ball bis jetzt bleiben. Da haben wir auch nochmal Glück, aber machen nichts draus. Ach, die strahlen halt immer so eine Gefahr aus, die drei davon, Robben, Reuss, Aubameyang. Das ist halt das Problem. Wir haben halt einfach unsere vermeintliche Überlegenheit noch nicht in den Tor münzen können. Steht jetzt deutlich besser und verteidigt deutlich besser als noch am Anfang. Leider wieder, ah, abgefilgt. Da kommen wir nicht zum Schuss. Sehr gut für den Sokrates. Soll dann natürlich nicht hingehen, Bender. Nein, er geht weg, er dreht sich weg. Danke, dass er nur auf den Färmern schießt. Oh, schön, das gut tun und dann dreht er sich einfach nur weg. Fuck. Danke. Nein. Fuck you, Mann. Natürlich macht er so ein beschissenes Distanz-Tor. Was sonst? Oh, wir hatten so viele Situationen im gegnerischen Strafraum, die wie hundertmal gefährlicher waren als sein Track. Und er macht diesen Track natürlich rein, ey. Ach, getunnelt auch noch. Oh mein Gott. Das ist das unverdiente. Scheiße. Ist auch noch alles drin, ist noch alles drin. Nehmen wir mal Guretzka. Probier's mal so. Embolo hat irgendwie noch gar nichts gerissen als Stürmer. Wie nehm ich mal Hintep? Ach, scheiße. Und wie gesagt, Modest hat mir gar nicht gefallen in dem Spiel. Alleine wegen dem Spiel müsste ich ihn eigentlich auch schon wieder rausschmeißen. Komm! Wieder Modest. Ach ne, diesmal war's N'Tep. Okay. Eigentlich schlechter Passte aus der Drehung raus. Wie wird das? Ach, du Kacke. So gratis. Klar, wenn der Einverteidiger wieder so einen Scheiß baut und da vorne mitspielt. Aber auch keine Ahnung, warum die das machen. Ach man, ich werd's halt wieder nicht schaffen. Ich werd wieder ein unverdientes Sieg von Gegner werden. Ach, na klar, das war's, das war's, das war's. Jetzt passiert gar nichts mehr. Alter, Modest schon wieder. Modest macht einfach nichts. Das war's für Modest. Das war's einfach für Modest. So schlecht gespielt in dem Spiel. So unglaublich schlecht gespielt, dieser Modest. Das war so dermaßen für den. Zum Kotzen, ey. So träge, macht nichts, schießt nichts. Ist auch nicht gut bewertet worden. Macht echt gar nichts Modest am Ball. Fuck, man. Mit Hernandez hätte ich vielleicht ähnliche Situation gehabt und hätte vielleicht schön gewonnen. Oh mein Gott, ey. Also ist so schlecht wie in dem Spiel hat sich Modest noch nie angefühlt. Ich werd's, denke ich, trotzdem noch ein Spiel machen, weil ich hab meiner Meinung nach gut gespielt. Und hätte hier auch, ähm, verdient, denke ich, gewinnen müssen. Ach, verletzt hat er sich auch direkt noch. Herzlichen Glückwunsch. Was hat er denn? Fällt zwei Spiele aus. Naja, lass mich erstmal zur Bank sitzen, wenn wir mit der League A spielen, damit er sich halt, ähm, regenerieren kann. Aber, das war's, Hernandez kommt jetzt wieder rein und Punkt aus Nikolaus. Oh, Thiago Silver, ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein Spiel machen. Einfach mal zu gucken, ob Thiago Silver geil ist. Ja, was mach ich jetzt mit Höwedes? Ich glaube, Höwedes muss mal noch... Hm, ich glaube, ich werde dann in den nächsten beiden Spielen einfach mal Info und Vogt testen, um zu gucken, ob der besser ist als Höwedes, ob der noch auffälliger... Oder nee, ich mach erst noch ein Spiel mit Höwedes, um rauszufinden, ob das gerade so ein Zufall war, dass Höwedes so abging. Und dann nehme ich Info und Vogt, denke ich. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, das Tor, äh, das Spiel ging ja fast schon auf Höwedes, äh, auf Modestkonto, dass wir das verloren haben, weil er hatte so viele gute Chancen und hat's einfach nicht gerafft, war viel zu träge und zu langsam. Schießt nicht, setzt sich nicht durch, wirkt nicht agil, fällt einfach um und es ist kein Foul. Also, das ist ganz merkwürdig gewesen. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.